Hallo zusammen! Wie ihr vielleicht schon in den sozialen Medien oder im News-Bereich unserer Website mitbekommen habt, oder vielleicht haben Freunde euch davon erzählt, gibt es bahnbrechende Neuigkeiten zu unserer Mirror 14 und Mirror 15. Es gibt nämlich ein Upgrade für den Mitteltöner. Und zwar wird der Mitteltöner, dieser hier, gegen den neuen, nämlich diesen hier, mit dem sogenannten Faceplug getauscht. Außerdem hat dieser Mitteltöner eine etwas leichtere Papiermembran und ist so leicht und so schnell, dass man ihn theoretisch sogar als Breitbänder bis 20 Kilohertz einsetzen könnte. Was wir ja nicht wollen, aber das qualifiziert ihn als Mitteltöner auf jeden Fall ganz besonders gut. Die Idee dazu kam eigentlich so ein bisschen aufgrund der Erfahrung mit unserer Pivota, wo wir sozusagen den großen Bruder dieses Mitteltöners einsetzen, mit dem gleichen Material und auch diesem Faceplug in der Mitte. Und was wir uns davon erhofft haben, war ein bisschen mehr Detailreichtum noch, ein bisschen mehr Präzision im Mitteltonbereich, außerdem aber auch ein verbessertes Abstrahlverhalten. Wir haben das dann einfach mal ausprobiert und nachdem wir die Abstimmung noch ein bisschen fein getunt haben, war das Ergebnis, was dabei rauskam, einfach unfassbar gut. Und es ist tatsächlich so, der Frequenzbereich ist tonal noch etwas ausgewogener geworden. Außerdem ist die räumliche Ortungsschärfe eine ganz andere Dimension. Kann man sich kaum vorstellen. Die war ja bei der Mirror schon auch so nicht schlecht. Aber tatsächlich ist das noch mal ein bisschen so, als würde man bei so einer Kamera, die nicht ganz richtig fokussiert ist, den Fokus scharf stellen. Also Phantomschaltquellen werden tatsächlich noch mal eine ganze Ecke präziser. Und dieses Update bieten wir ab sofort an. Man kann die Lautsprecher dazu einschicken. Wir machen das dann oder man kann da mit vorbeikommen. Dann geht es natürlich am schnellsten. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, das DIY-Kit bei uns zu bestellen. Und wie man das damit durchführt, dieses Update, das zeige ich euch in diesem Video. Wenn ihr euch dieses DIY-Kit bei Abacus bestellt, dann kommt das in einem Karton. Der könnte zum Beispiel so aussehen. Da drin findet ihr ein bisschen Zubehör. Da komme ich gleich zu, was das alles ist. Ein bisschen Verpackungsmaterial. Das hier ist übrigens nicht nur Verpackungsmaterial, sondern das brauchen wir gleich als Werkzeug. Und dann haben wir da drin natürlich die beiden Mitteltöner. Die sind hier so verpackt. Und das Besondere an diesem DIY-Kit ist auch, dass die Mitteltöner schon so vorbereitet sind, dass man im Prinzip gar nicht mehr löten muss. Denn nicht jeder hat Lötkolben zu Hause und traut sich daran. Deswegen haben wir hier diese Anschlussklemmen. Und man kann das also relativ easy ohne Lötkolben neu verbinden. Man muss ja schließlich den alten Mitteltöner raus und den neuen reinbauen. Und dafür sind diese Klemmen absolut perfekt geeignet. Da kommen wir gleich zu. Wir müssen insgesamt zwei wichtige Schritte durchführen. Wir müssen nämlich den Mitteltöner auf der Vorderseite der Box tauschen. Wir müssen aber auch einmal die Rückwand rausnehmen und den Speicher-Chip, wo das DSP-Programm drauf ist, ändern oder auswechseln. Dadurch wird nämlich dann die entsprechende angepasste Abstimmung in die Box reingebracht. Es gibt ja auch noch eine vierte Möglichkeit, das Update zu machen. Nämlich indem ihr den JTAG-Programmer gleich mitbestellt oder vielleicht habt ihr den ja auch schon. Und könnt dann über die externe Schnittstelle hier den DSP selber umprogrammieren. Die Preset-Datei dafür könnt ihr einfach bei uns auf der Website runterladen. Wie man das Ganze dann da rein speichert, dazu haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Das läuft dann im Prinzip genauso ab. Jetzt gucken wir uns noch mal eben an, was wir hier jetzt alles im Paket haben. Nämlich wir haben hier einmal eine kleine Box. Da sind die Speicher-Chips drin. Da ist nämlich dann das Programm drauf. Die sind auch entsprechend beschriftet. Das sieht dann so aus. Da steht drauf 14 MK2. Also bei der 15er wäre es dann entsprechend natürlich 15 MK2. Da sind jetzt drei Stück drin. Man kriegt also einen gratis, den man theoretisch zerstören kann. Oder Beine abbiegen, was auch immer. Da kann einiges schiefgehen, wenn man nicht aufpasst. Deswegen gibt es einen in Reserve. Dann haben wir hier ein Cutter-Messer in Abacus-Farbe. Solange Vorrat reicht. Genauso wie eben hier dieser Imbus-Schlüssel und dieser IC-Greifer. Alles irgendwo in Abacus-ähnlichen Farben. Darauf gibt es leider keine Garantie. Aber irgendwie etwas ähnliches wie das wird im Karton sein. Ihr könnt natürlich auch jedes beliebige bessere Werkzeug, wenn ihr welches habt, dafür benutzen. Wenn ihr zum Beispiel eine Abisolier-Zange habt oder einen schöneren Imbus-Schlüssel als den Größe 3, könnt ihr das natürlich auch benutzen. Ich werde euch gleich eben beide Varianten zeigen, wie man es machen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier erstmal anfangen, die Box auseinander zu nehmen. Dafür sind diese Teile jetzt hier ganz praktisch. Die kann man nämlich hier so drunter legen. Und zwar, das geht übrigens zu zweit deutlich einfacher. Also wenn ihr euren Nachbarn oder Kumpel oder Ehepartner dazu fragen wollt, ist das sicherlich eine ganz gute Variante. So kann man die nämlich schön auf die Rückseite stellen. Ich hoffe, man kann das jetzt alles gut sehen. Dann ist hier also der Imbus-Schlüssel und dann schraubt ihr einfach vorsichtig hier den Mitteltöner raus. So, die Schrauben vorsichtig rausnehmen und beiseite legen. Die brauchen wir später ja wieder. Dann kann man das hier so ganz vorsichtig so ein bisschen raushebeln und den Mitteltöner entsprechend hier rausnehmen. Der ist auf jeden Fall stramm drin hier. Normalerweise ist das Kabel eigentlich lang genug, um da so ein bisschen dran ziehen zu können. Das ist in diesem Fall offensichtlich ein bisschen kurz. Da ziehe ich mal ein bisschen. Also keine Sorge, das ist normalerweise eigentlich so, dass da genug Reserve ist. So, dann sind hier so verschiedene Verpackungsteile in dem Karton. Das kann man jetzt benutzen, um den hier abzustellen. Dann hat man hier nämlich gleich einen Schutz für den Hochtöner und den Tieftöner. Die sollten natürlich keine Kratzer kriegen. Genauso das Gehäuse natürlich nicht. So, die Dichtung ist übrigens hinten fest dran. So, und jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Eine Kneifzange hat man meistens irgendwie noch zu Hause. Da kann man also hier einfach ganz kurz die Kabel abkneifen. Sieht jetzt ein bisschen brutal aus, aber da kommt ja dann gleich der neue ran. So, packen wir den mal beiseite. So, dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder macht man das eben mit dem Cuttermesser vorsichtig. Das ist so ein bisschen, dass man so ein bisschen Übung haben. Das dreht man dann hier so ein bisschen. Bitte nicht in den Finger schneiden. Dann sieht das so aus. Man kann aber natürlich auch, wir haben ja hier gutes Werkzeug, so eine Abisolierzange benutzen. Sollte also schon so einen guten Zentimeter abisoliert sein. Und dann kann man eben hier den neuen Mitteltöner nehmen. Und diese Klemmen, das sind diese Vago-Klemmen, die man auch im Elektrikbereich benutzt. Vorsicht, da kann man sich auch die Finger ganz ordentlich dran klemmen. Blau auf Blau. Das ist nämlich der Pluspol. Hier so ein bisschen aufpassen, dass das hier nicht spleißt, also dass keine Litzen-Teile rauskommen. Und dann zumachen. Die haben also auch eine ganz ordentliche Federkraft. Das heißt, der Kontakt ist auf jeden Fall sicher hergestellt. So, und dann vorsichtig den Mitteltöner wieder reinsetzen. Die Anschlüsse können ruhig nach oben zeigen oder nach unten, je nachdem wie das mit dem Kabel am besten passt. So, die Einschlagmuttern sind hier so ein bisschen nah an der Kante, aber das ist eigentlich kein Problem. Dann das Ganze so ausrichten, dass die Löcher über den Schraubenlöchern sind. Und dann, das ist ganz wichtig, beim Reinschrauben der Schrauben vorsichtig nicht drücken, weil sonst kann man die Einschlagmuttern, die dahinter sitzen, nach hinten rausdrücken. Das wollen wir natürlich nicht. Aber so, wenn man das ganz sanft ohne Druck einfach nur dreht, dann gehen die da rein wie in Butter. So, dann das Ganze gut handfest ziehen. Ich würde empfehlen, so nach einem Tag oder so, die Schrauben dann einmal noch mal festzuziehen, weil das immer so ein bisschen in dem Holz so ein bisschen nachgibt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die dann auch gut fest sind. Schön darauf achten, dass das hier im Gehäuse auch gut zentriert ist. So, dann beim Inbus kann man hier natürlich noch den langen Hebel benutzen, um das so ein bisschen fester zu ziehen. So, dann ist das schon mal erledigt, der Teil. Dann drehen wir die Box mal auf die Rückseite, auf die Vorderseite meine ich. Wieder diese Dinger da drunter, dann kann eigentlich auch mit den Lautsprechern da vorne drin nichts passieren. Dafür nehme ich mir jetzt hier den etwas schöneren Inbusschlüssel. Damit geht das nämlich dann doch ein bisschen schneller. Kann man natürlich auch mit dem Akkuschrauber machen. Ich sage den Leuten bei uns in der Produktion aber immer, macht das am liebsten von Hand, weil man doch auch, wenn irgendwie eine Schraube verkantet oder so, natürlich sehr viel schneller Schaden anrichten kann, wenn man das mit dem Akkuschrauber macht. So ist man da so ein bisschen in Touch und hat da ein bisschen ein besseres Gefühl für. Was ich übrigens empfehlen würde, ist vor dem ganzen, vor der ganzen Maßnahme, schreibt euch die Einstellungen, die ihr hinten eingestellt habt, an den Reglern einmal auf oder macht euch ein Foto davon, damit ihr das anschließend genauso wieder einstellen könnt. Es kann nämlich immer mal passieren, dass man aus Versehen so ein bisschen dagegen kommt und dann ärgert man sich anschließend, wenn man seine mühsam ermittelte Einstellung nicht direkt wiederfindet. Deswegen würde ich da auf jeden Fall immer vorher ein Foto machen oder eben die Einstellungen aufschreiben. So jede Schraube hat hier auch eine Unterlegscheibe drunter. So viele Schrauben. Muss ja auch gut luftdicht sein. So, dann haben wir das. Jetzt kann man das hier vorsichtig so am Kühlkörper so ein ganz bisschen rausheben. Wie gesagt, das kann man auch immer ganz gut zu zweit machen. So, das Dichtband, das bleibt eigentlich elastisch, auch nach Jahren, aber man muss so ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt haben wir hier die Elektronik. Die können wir hier so ein bisschen verkeilen. Da ist es natürlich jetzt wichtig, die ist ein bisschen scharfkantig, dass man da das Gehäuse nicht verkratzt. Ich drehe das mal eben andersrum. Dann kann man das nämlich gleich gut sehen. Man kann auch ein dickes Handtuch noch dazwischen legen oder so. Das macht die Sache auch ein bisschen einfacher. So, und jetzt haben wir hier diese Zange, um diesen Chip hier rauszuziehen. Das ist nämlich an dieser Stelle hier. Und da muss man jetzt mit der Zange, ich glaube es ist sogar fast einfacher, wenn man hier den DSP so ein bisschen vorher rausnimmt. Das ist übrigens das Hirn des Ganzen. Da aufpassen. Am besten vor dieser ganzen Maßnahme einmal eben an die Heizung fassen oder so, damit man nicht elektrostatisch geladen ist. So, dann nimmt man diesen Chip hier mit dem alten Programm raus. Kann den hier in diesen Steckschaum setzen. Dann nehme ich das MK2 Programm. Wichtig ist, man sieht das hier unter dem Aufkleber, dieser Chip hat so eine kleine Kerbe. Das ist wichtig, dass die Kerbe hier nach oben zeigt. An der Fassung ist auch so eine Kerbe dran und die ist auch auf der Platine aufgemalt. Also Richtung DSP-Modul, also nach oben muss das zeigen. Das ist ganz wichtig, sonst ist der Chip nämlich falschrum drin. Und das DSP-Modul muss natürlich auch wieder hier rein. Also immer bei dem Chip und bei dem DSP-Modul darauf achten, dass wirklich jeder Pin in jedem Löchlein hier von dieser Fassung ist. Und dann ist das auch schon gewechselt. Dann könnt ihr euch noch einmal angucken, wie wunderschön dieses Elektronikmodul von innen aussieht. Und dann kann man das Ganze auch schon wieder hier reinsetzen. Dabei auf jeden Fall aufpassen, dass man hier den Lack an der Kante nicht verkratzt. Im Idealfall passt das da schmatzend rein. So, und dann kommt auch schon der langweilige Part, nämlich alle Schrauben wieder eindrehen. Ich mache das immer so, dass sich die so nicht alle nacheinander, sondern immer so ein bisschen versetzt. Also jede zweite erst oder auch gegenüberliegende. Und dann erst so nach und nach alle reinschrauben. Hier auch wieder darauf achten, ohne Druck, damit man eben die Einschlagmutter nicht nach hinten rausdrückt. Und dann auch darauf achten, dass das ganze Modul einigermaßen zentriert ist. Wichtig ist auch, dass man aufpasst, dass beim Reinsetzen keine Kabel oder sowas dazwischen sind. Dass das Modul also wirklich plan hier in diesem Ausschnitt liegt. Im Idealfall passt das dann nämlich eigentlich ziemlich gut rein. So, hier nochmal eben der Beweis, dass das auch mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel geht. Aber wenn man ein bisschen Werkzeugkasten zu Hause hat, dann hat man eben vielleicht auch eine etwas schönere Variante. Aber funktionieren tut es damit auf jeden Fall genauso. Alle gut festziehen. Hier gilt das Gleiche. So nach einem Tag kann man dann vielleicht ruhig nochmal eben gucken, ob man nochmal eine halbe Umdrehung oder so nachsetzen kann, damit das hier wirklich luftdicht ist. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und das ist hier übrigens eine Mirror aus unserem Testpaket. Das heißt, wer ab sofort das Testpaket bestellt, kriegt dann also auch die neue Variante. Und die sieht dann jetzt so aus. Mitteltöner getauscht. Programmierung ist auf dem neuen Chip ja drauf gewesen. Das ist jetzt offiziell eine Mirror 14 MK2. Und wenn du jetzt also Lust bekommen hast, deine Mirror auf das nächste Level zu heben und das Gefühl hast, so schwierig ist das doch alles gar nicht, traust dir das zu, dann bestell bei uns einfach das DIY Upgrade Kit für ein paar Mirrors. Bei der 15er geht das natürlich genauso. Da ist eben nur ein anderer Chip. Ansonsten sind alle Schritte exakt genauso auszuführen. Und dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn du dich zu diesem Schritt entschieden hast, viel Erfolg bei der Umbaumaßnahme. Medic. .